ARD Text im Auftrag des ZDF Backe hat gut angefangen Falls ihr was unehrenhaftes... Die Deadly Girls sind die gerisseneste Gang südlich der Limit Die Lebensgefahrzeuge sind die aus dem XIVen, wegen der Krise des XIVen, die insbesondere die Black Pest, in 1348, die, wie man wissen, war unglaublich, in Spanien als auch in den Westen. Spanien, 1478. Un pays où chrétiens, musulmans et juifs ont coexisté sans problème depuis des siècles. Mais l'ère de la tolérance... ...